Das letzte mal bei Dust. Bitte nicht! Nein! Fidget! Nein! Fidget! Nein! Verdammt nochmal Fidget! Und... Go! Herzlich willkommen zurück zu Dust in den Legion Tale. Ich und Fidget... ...und Dust, aber der ist nur ein Nebencharakter, der interessiert eigentlich keinen wirklich. Wir gehen uns jetzt wieder, wir geben uns jetzt wieder auf die Reise. Okay, wo muss ich denn jetzt hin? Ich hab jetzt allen Leuten geredet, so gesehen. Okay, das ist jetzt ein Problem. Ähm... ...Aurora hat angegriffen. Wir siegen die Monsterfinder raus, wie sie ins Dorf gelangt sind. Oh nein! Oh nein! Ich... Nein! 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 Und dahin muss ich! Aber ich hab keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Und hör auf, Marshmallows am Lagerfeuer zu essen! Ich... 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 Ich halte... Ich halte es einfach nicht mehr aus, dich so zu sehen. Fidget, du musst dich alles wiederholen. Fidget, du musst mich nicht mehr aus. Okay, hier muss irgendwo der Durchgang sein, nach unten. Ich hab aber keine Ahnung wo. Irgendwo muss es hier nach unten gehen. Ich weiß dass es hier nach unten geht. Mit dir rede ich nicht. Du bist... Oh! Ich bin dumm. Ey, wie geht's dir? Bäh! Bäh! Ein drittel des Spiels haben wir durch. Das ist sehr viel länger als ich gedacht habe. Ja, ist klar, du bist gerade 200 Meter tief gefallen. Oh, hush. Kapitel 2. Oh mein Gott, nicht ein ganzes Kapitel hier. Pyramon-Högel. Vielleicht kommen wir jetzt endlich mal neue Gegner. Dass ich beängstigend seid, ihr aber nicht. Es ist sehr schwer zu sehen. Schatz? Oh, jetzt ist es auch schon viel schöner, oder? Oh, wow. Das ist schön. Du denkst, die Villagers wissen, über dieses Ort? Oh, wajah. Oh, wow. Our search has not been in vain. Let's clear this area. What the? Oh. Oh. Ich hab die ganze Zeit einen falschen Druck auf Ich versuche dir die ganze Zeit über die falsche Taste Befehle zu geben, klar dass du nicht reagierst Ey, geh weg Spannende Musik Und weiter runter. What the fuck, wo kommt ihr hier? What the fuck? What the fuck? Off-Screen-Time. Kann ich da nicht irgendwie hin? Lass mich runter. Ach verdammt nochmal, ich bin ein Idiot. Das wievielte Mal mache ich das jetzt schon? Fidget hast du mitgezählt? So. Ich komme gleich auf der anderen Seite des Planeten wieder raus, wenn das so weitergeht. Oh. 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 Oh, wait. This creature is too well defended for a straightforward assault. We'll see about that. Okay. That was a bad idea. Yeah. It is practically invulnerable unless you're still with a parry, like so. Oh. Very well. Be careful. Naja, so viel Leben hat das Vieh ja nicht, also. Oh. 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 So far. I killed back and forth. Woah, was war das? Das war das genaue Gegenteil von dir. Ich mag es nicht. Wieso siehst du immer... Fäjit, du siehst andauernd Schätze. Wo sind die bitte? Abbauen ist nicht. Ihr könnt da unten warten. WTF, wo kommen die denn jetzt her? Ich geh währenddessen erstmal hier hin. Was für einen sinnlichen Nährwert haben diese Teile. Wo geht es denn da hin? Nein. Du siehst böse aus. Fasst doch nicht so böse. Ich hab das Gefühl ich sollte hier noch nicht hin Erstmal hier Oh Ups Neuer cooler Bauchplan Noch mehr Bauchplan, ich hab schon 7000 Gold Meine Güte Gibt es hier nicht irgendwo eine Stelle wo unendlich viele Gegner kommen? Er hat schon wieder getan Ich würde gerne die 1000 Die 1000 Kombi schaffen aber das geht schwer wenn so wenig Gegner saßen 33% Ups da hab ich gedacht da wär die Insel im Vordergrund Aber das ist so ne schöne Stelle wir machen hier mal wieder nen Cut bevor das Video wieder zu lang wird Ich, das und Fidget verabschieden uns im neuen Video für heute Bis zum nächsten Mal Immer da denken, just who Bis zum nächsten Mal Ich, eins vor allem Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal